Herzlich willkommen zurück hier auf unserem YouTube-Kanal und in diesem Video geht es darum, wie wir dich als EMA-Unternehmensberatungs GmbH unterstützen können beim Auf- und Ausbau deiner Gebäudereinigung. Die meisten Gebäudereiniger, da haben wir im letzten Video darüber gesprochen, meistern das Thema Neukundengewinnung und Vertrieb in ihrer Firma nicht. Und das ist auch der Grund, warum die meisten Gebäudereiniger scheitern, weil sie genau diesen einen wichtigen Punkt nicht hinkriegen. Worauf können wir jetzt hier aufbauen und dich unterstützen? Die EMA-Unternehmensberatungs GmbH hat sich darauf spezialisiert, Gebäudereiniger vom ersten Tag an dabei zu unterstützen, diese Neukundengewinnung in ihrer Unternehmung, in ihrem Vertrieb komplett zu implementieren. Wie läuft das? Es gibt den Online-Bereich. Im Online-Bereich zum Beispiel zeigen wir dir erst mal in der Theorie, was Online-Marketing eigentlich bedeutet. Wir bringen dir das von der Pike auf bei. Stell dir das so vor, wie damals, als du vielleicht deinen Führerschein gebracht hast, da hast du auch erst mal in der Theorie gelernt. Und so sind wir wie ein Fahrschullehrer an deiner Seite und bringen dir die Theorie bei. Wenn du das gelernt hast, dann gehen wir in die Praxis, in die Umsetzung. Zum Beispiel, dass wir Kampagnen aufsetzen in Google AdWords. Das kennst du, dass du dort Kampagnen aufsetzen kannst, um neue Kunden zu erreichen. Aber das Ganze ist so komplex, dass du gar nicht weißt, wie es funktioniert. Deswegen ist ein Experte aus meinem Team dann an deiner Seite und zeigt dir dann Schritt für Schritt, wie du diese Kampagne professionell aufsetzt, sodass sie wirklich Kunden gebringt und nicht nur Geld verbrennt. Okay? Der nächste wichtige Bereich ist das Offline-Marketing. Offline gewinnst du Kunden, indem du zum Beispiel diese anrufst. Hast du das schon mal versucht? Vielleicht ja. Und bist du erfolgreich gewesen? In den meisten Fällen nicht. Die meisten Gebäudereiniger erfahren hier Enttäuschungen und geben viel zu schnell auf. Hier ist es genau so, dass wir dich an die Hand nehmen und dir Schritt für Schritt zeigen, wie das in der Theorie funktioniert. Also einen perfekten Leitfaden dir mitgeben, einen roten Faden, wie du am Telefon die neue Kundengewinnung anstellst. Und wenn du die Theorie gelernt hast, dann üben wir mit dir eins zu eins, falls erforderlich noch, die Praxis und zeigen dir, wie das Ganze funktioniert und üben mit dir so lange, bis es wirklich sitzt und du am Telefon Kunden gewinnen kannst. Und wenn du sagst, hey, ja, Umut, ich weiß, das geht bestimmt bei anderen, aber bei mir, ich weiß nicht, ist es eher unwahrscheinlich, dass das funktioniert, dann kann ich dich beruhigen. Wir haben über 500 Kunden, die wir hier in der selbstständigen Gebäudereinigung vorangetrieben haben, denen wir das gezeigt haben, die das umsetzen können. Und da haben wir wirklich diesen Plan perfektioniert. Wir wissen exakt, wie das geht und können dir das Schritt für Schritt zeigen. Und wenn du mal an einer Stelle nicht weiterkommst, gibt es einen Experten, einen Coach, der dich dann wieder an die Hand nimmt und begleitet. Zusätzlich haben wir die gesamte Community von Gebäudereinigern aus ganz Deutschland, die sich auch wieder Hand in Hand unterstützen und eben genau daran arbeiten mit dir, dass du vorankommst und dass du in deiner Stadt der Experte wirst, was das Thema Gebäudereinigung angeht. Zusätzlich haben wir das Thema Angebotserstellung, wo es auch sehr viele Fehler gemacht werden und der Kunde den Auftrag gar nicht mehr annimmt. Ja, aber das dann wieder auch ein Thema für sich, weil die meisten haben schon die Herausforderung, die Anfrage vom Kunden zu bekommen. Und wenn du jetzt Lust darauf bekommen hast, mehr darüber zu erfahren, dann kontaktiere uns gerne. Lass uns miteinander sprechen, an welchem Punkt du vielleicht noch Unterstützung brauchst. Wo du eine Unterstützung brauchst in der Form, dass du lernst, wie du das selber hinkriegst, ohne von extern irgendwelche Menschen oder Firmen noch hinzuzuziehen, sondern dass du das einfach eigenständig bewältigen kannst. Wie ein echter Profi. Das bringen wir dir bei. Das braucht einfach etwas Zeit. Okay. Und wenn du sagst, ja, das möchte ich wissen, dann lass uns gerne sprechen. Du kannst mich auch gerne über Instagram kontaktieren und hast die Möglichkeit, dort mir eine nachzuschreiben und dann können wir gerne miteinander interagieren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Dein Umut.